Wart ihr auch die Akkus eurer DJI Mini 2 in diesem Ladehub auf oder in eurer Drohne? Dann solltet ihr jetzt schleunigst die Akkus entfernen, denn es gibt ein Problem, das ist auch mittlerweile bei DJI bekannt, dass eure Akkus so beschädigt werden können. Was das für ein Problem ist und wie ihr das lösen könnt, erfahrt ihr in diesem Video nach dem Intro. Hallo, willkommen in mich als Welt-YouTube-Kanal und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An der Stelle wäre der richtige Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keines meines zukünftigen Videos mehr verpasst. Einfach hier unten rechts auf den Abo-Button klicken. Es gibt ein Problem und das ist auch bei DJI bekannt. Und zwar dreht sich alles um das Thema Akkus. Und zwar verwendet DJI ja in ihren Drohnen sogenannte Intelligent Flight Batteries. Hier zum Beispiel bei meiner Mavic 2 Pro ist so ein Akku eingebaut. Und wenn ich hier drauf drücke, seht ihr zwei Lampen leuchten und eine blinkt. Das heißt, der Akku ist zu 70% aufgeladen. Und der Akku war aber vorher voll, als ich ihn hier eingelegt habe. Die Drohne liegt schon ein bisschen rum. Und tatsächlich ist es so, dass ein Lipo-Akku, also ein Lithium-Polymer-Akku, bestimmter Behandlung bedarf. Also der muss pfleglich behandelt werden. Der darf nicht voll aufgeladen, länger gelagert werden, sondern der muss eine gewisse Lagerspannung haben. Bei FPV-Drohnen beispielsweise sind das so 3,8 Volt. Das ist die Lagerspannung. Lagert man diesen Akku voll, dann kann der sich aufblähen. Bei der Mavic 2 Pro ist es so, dass nach zwei bis zehn Tagen, das kann man in der DJI Go-Up einstellen, die Drohne, oder besser gesagt, der Akku beginnt sich selbst zu entladen. Der hat einen eingebauten Widerstand und der entlädt sich dann über einen gewissen Zeitraum, bis er halt eben diese Lagerspannung erreicht. Und dann bleibt er bei diesem Ladezustand. Das funktioniert natürlich mit den Akkus der Mini 2 genauso. Nur das Problem ist, wenn die Akkus sich hier in dem Ladehub befinden oder in eurer Drohne, dann funktioniert das nicht. Und das ist das Problem. Und deswegen drückt ihr am besten jetzt mal die Pause-Taste, geht zu eurer Drohne und zu eurem Ladehub und nehmt die Akkus raus. Schauen wir uns das Ganze mal in der Anleitung an. In der Anleitung steht, automatische Entladefunktion. Um ein Aufblähen zu vermeiden, entlädt sich der Akku automatisch auf 96% des Akkustands, wenn er einen Tag außer Betrieb ist. Der Akku entlädt sich automatisch auf 72% des Akkustands, wenn er fünf Tage lang außer Betrieb ist. Hier könnt ihr die Anzahl der Tage nicht einstellen. In der Fly-App ist das nicht vorgesehen. Es gibt also quasi zwei Phasen der Entladung. Das Ganze kann man auch testen, wenn man die Akkus hier drin lässt in dem Ladehub. Die erste Stufe scheint zu funktionieren, denn nach einigen Tagen entlädt sich der Akku so auf ungefähr 92%. Aber dann ist Schluss. Wenn ich gleichzeitig einen weiteren Akku neben dem Ladehub liegen lasse, hat der dann aber schon 72% erreicht. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Unterschied bei der Lagerung. Nachdem ein Londoner YouTuber dieses Problem an DJI weitergegeben hat, was ja eigentlich schon länger bekannt sein sollte, hat DJI dann auch tatsächlich das Eingeräumt, dieses Problem oder diesen Bug und wird auch in Kürze ein Firmware-Update bereitstellen, das dieses Problem behebt. Gerade wenn er nicht regelmäßig fliegt, also wenn er jeden Tag jetzt fliegen würde, dann wäre das ja kein Problem, weil dann ladet ihr den Akku abends auf und am nächsten Tag fliegt er wieder. Dann könnt ihr den auch in der Drohne lassen oder in dem Ladehub. Wenn ihr aber eure Drohne zwei oder drei Wochen irgendwo rumliegen habt und die Akkus liegen hier drin, dann werden sie tatsächlich beschädigt. Was kann passieren? Die Akkus können sich tatsächlich aufblähen und sie können auch im schlimmsten Fall explodieren. Deswegen auf jeden Fall dann, wenn ihr länger nicht fliegt, die Akkus aus dem Hub nehmen und aus der Drohne. Nutzt ihr die Tasche, die bei eurer Mini 2 in der Fly More Commer enthalten ist, dann habt ihr auch ein weiteres Problem, denn ihr könnt die Akkus ja darin nur in diesem Ladehub aufbewahren und nicht einzeln. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe ja in einem meiner letzten Videos, die habe ich hier auch übrigens verlinkt, das Smart AdWi von Tomcase vorgestellt und auch ein Rucksack von Tomcase, was ich im Prinzip als Aufbewahrung deutlich besser finde als die integrierte Tasche, denn dort könnt ihr auch tatsächlich eure Akkus separat aufbewahren, ganz unabhängig vom Ladehub. Und so ist auch tatsächlich gewährleistet, dass die Akkus sich so entladen können, wie sie es halt eben auch sollen. Wenn eure Akkus jetzt voll sind, die euch Sorgen macht, ja, wie bekomme ich die jetzt leer? Soll ich jetzt mit meiner Drohne in der Wohnung rumfliegen, bis die Akkus auf 70% Ladespannung sind. Das müsst ihr nicht, das geht ganz einfach, indem ihr einfach hier ein Smartphone oder ein anderes USB-Gerät anschließt und dann könnt ihr den halt eben auch als Powerbank benutzen und so lange ein Gerät aufladen, bis ja der Akku die richtige Spannung hat. Und das erkennt man relativ einfach. Wenn zwei Lampen eingeschaltet sind und eine Lampe blinkt, dann hat der Akku genau die richtige Spannung, um ihn eben auch länger aufbewahren zu können. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, eure Akkus zu schützen, dass sie halt eben nicht beschädigt werden, nicht ernsthaft beschädigt werden. Und bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal in Mischisfeld YouTube-Kanal.